Herzlich willkommen zur nächsten Folge von Days Gone. Wir werden jetzt weiterfahren. Position habe ich glaube ich, jede Menge, oder? Ich mache nochmal hier auf, gerade. Das ist doch da. Wir gehen mal dahin. Moment, ich speichere da mal ab. Das ist doch da. Das ist doch da. Das ist doch da. Das ist doch da. Oh, die holen hier. Was machen wir denn? Verwandt eh. Meine Ohren sind immer gut. Sehr gut, sehr gut. Schreier. Ja, wir sind weg. Was ist, was ist, was ist. Was ist, blöde, blöde? Pega den, pega den. sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut direkt der schreier aber gut sehr gut, sehr gut, sehr gut blöde Schreier, die sind echt hammer aber wir können uns sowieso noch in ein Gebiet rein, wo noch mehr Schreier sind Er lauft jetzt mal gar nicht zu meinem Strukturrat, ob es klappt Ah, okay So, und jetzt Schack zu, schack zu, schack zu, schack zu, schack zu, ist egal überhaupt weg mit dem Dreck, okay Dann werden wir hier die reparieren die Waffe, alles klar woran haben wir uns eingesammelt, sehr gut Ach, ich hab die Muppet gesehen, eigentlich Nee, da kommt wieder einer Ach, Kippa, das Falle, der dreht sich Wie geil ist das denn Wenn ich nur mal gerade Und jetzt lassen wir weiterfahren Und fahren wir mal Hier, fahren wir mal, komm Du konntest die nicht retten Aber ist auch egal Mal gerade hier gucken Ja, ich bin jetzt auch natürlich am Looten Was ich vorher auch nicht so gemacht habe Aber jetzt machen wir ein bisschen mehr Aber ich muss pissen, das ist das Problem Weil ich gerade Nein, ich, ich hier Warte mal Ah, okay Ah, ich bin ein bisschen auf die, die, auf den USB-Stick gekommen Scheiße Aber jetzt, er läuft noch, ne Mal gerade gucken Ja, okay, alles klar Ja, ich muss zu kurz gucken Nicht, dass sich mein Ton wieder irgendwo in der Wallachei hängt Ich kenn das Ich muss immer ein bisschen gucken Ich nehmte auf Wie ist der Ton? Jetzt hab ich nachher wieder ein Problem Ah, hier oben Hab da auch noch was Ab wann ist das Zeug? Könnte sein, ne? Ah, doch nicht Das brauche ich Das brauche ich Wie immer Wow Wir gehen aber jetzt zurück Ey, ihr geht zurück Komm Zum Motorrad Komm Abmarsch Sonst haben wir hier ein Problem Nachher Nee, das war ja nix Das war ja nix Also ich habe, ähm, muss pinkeln und ein paar Hunger Ja, jetzt speichern Aber wir machen auf jeden Fall die Folge So, dann kamen wir hier Bisschen trotzdem Nachher Nein, nicht schon wieder ein Pär Schnell dran vorbei Nein Scheiße Zu spät gesehen Zu spät gesehen Scheißdreck Die Scheiße Ihr Idioten Ihr Schweine Geil Danke 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 Leider zu viel Schrott verwendet, aber... Oh, was zum Teufel? Das sollte ich mir mal anschauen. Was ist das? Sehr geiles Gebiet, ne? Ach, Schrott ist immer gut. Sehr gut, Schrotti. Schrotti ist immer gut. Ach, ich komme immer auf die Space-DL-Sticker. Mein Gott. Jawohl, da war er noch. Sturmgewehr, 24 Stück. Sehr gut. Ja, ich würde sagen, das war es, ne? Wer haben wir hier nicht? Ah, da bin ich mal blöd hier reingefahren. Ich habe gedacht, stopp! Nein, es war nicht so. Ich musste leider da reinfahren. Okay, weiter geht's. Okay, weiter hier. Ah, Schrott ist immer gut. Schrott ist immer gut. Ja, aber ich auch noch was. Ah, gut, zwei Auto. Okay. Okay. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Gucken wir mal, ob wir hier noch Schrott haben müssen. Wie gesagt, Schrott ist immer gut. Jawohl, fünf Schrott. Wunderbar. Sehr gut. Jetzt ist die Kuh mit Pferde Haar. Hurra, hurra, die Kuh mit Pferde Haar. Oh. Guck mal hier. Ein paar Beeren. Ja, gut. Beeren sind immer gut. Fahr los, Rainer. Fahr los. Irgendwas kommt an, ihr Freunde. Boah, die Sau, ey. Die Sau Sau. Nachladen. 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 Okay. Ich bin hier gerade immer weiter am Gucken. Ich würde mal gerade gucken, wie viel Sprit haben wir denn da drin? Sieben, 80%. Okay, dann nehmen wir es mit. Dann nehmen wir es mit. Sieben, 80%. Nicht viel. Ah, gutes Timing. Genau, gutes Timing. Fertig. So, und dann stehen wir drauf. Dann fahren wir weiter, ne? Okay, fahren wir weiter geradeaus. Dann fahren wir mal hier an. Immer schön vorsichtig sein hier. Weil jetzt sind wir hier im neuen Gebiet. Dann ist wieder alles mit Typen voll. Warte mal gerade. Scheiße. Ja. Ihr hört es, ne? Ich bin so doof. und schau doch da drauf. Boah. Boah, ich muss so weit noch fahren. Ich bin hier voll am rumhantieren. Ah, eh. Hallo. Hier. 15 Schrott. Wunderbar. So gefällt mir das. So gefällt mir das. Ehrlich. So, pass auf. Wir machen mal vorne was. Die Wand führt. Die tun wir mal. Äh, reparieren. So, dann gucken wir mal. Herstellen brauchen wir nicht. Herstellen brauchen wir nicht. Kann man hier. Die Fallen herstellen kann man nicht. Irgendwann kann man auch nicht. Hier, Stein. Herstellen, herstellen, herstellen. Medikit, nein. Verband, die benutzen wir mal. Dann kommen wir da wieder. Rein, gut. So. Weiter geht's. Wohl, nicht nicht, ne? Wir werden uns mal ins Haus begeben. Einfach, weil wir's können. Wir wollen ja auch was sehen, ne? Von der Landschaft. Aber die sehen alle gleich aus, eigentlich. Ah, guck mal. Ui, Hundespielzeug. Geil. Schachtel mit Nägeln wieder mal. Ah, auch gut. Sterilmittel. Okay. Hier hängt Wäsche drin. Krass. Kommt nicht durch, ne? Da war Wäsche drin. Kommt wir von der Seite hin? Nee. Okay. Okay. Klappt immer gut. Okay, dann werden wir mal weiterfahren. Okay. Okay. Oh, nein, 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 nein. Hier ist man nicht. Mist, ein Ruf. Wie geil ist das denn, ey? Ich hab's gar nicht gesehen. Die blöden Säcke. Ja, ich hab's gar nicht gesehen, die blöden Säcke. Da standen die da. Da saßen die da. Ey, ich kann, ich kack ins Hemd, ne? Aber wir haben sie... Warte mal. Ah, in die Beine schleifen. Das ist interessant. Ne? Sehr interessant, ja. Natürlich muss ich die reparieren. Ah. Fuck it, ey. Warte mal gerade. Ich muss leider ein bisschen was sammeln hier. Beeren und so. Das braucht man ja nicht auch, für irgendwas zu machen. Pilze und Döhren, das müssen wir alles haben. Okay, wandern wir zurück. Ab auf dem Motorrad wieder. Da sitzen da Leute rum. Das gucke ich mir mal an in der Folge. Auf jeden Fall. Ich will das wissen, warum ich da nicht gesehen habe, dass sie da stand. Oh, okay. Geil, ja. Ich mach hier voll. Ja, gut. Ich hab nämlich fünf Schrott. Sehr gut. Ich hab hier benutzt, ne? Voll. Ich mach hier. Ich hab hier nicht gedacht. 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 Der ist voll. Hier ist voll. Ah, guck mal hier. Okay. Also ich könnte jetzt nicht da hausen, weil der könnte ja nur dauernd diese Typen da ... naja, weiß er Bescheid. So, jetzt fahren wir weiter. Wir haben noch 300 Kilometer vor uns. Ne, 300 Meter vor uns. Das ist jetzt nicht mehr viel. Aber sie haben ja dieses Schreier-Camp, ist er ja noch, ne? Oh Gott, Bären und alles. Warte mal, ich teile jetzt noch ein Schild. Das ist immer der Hitze drauf. Man nennt jeden Tag der Station. Das Geiferschiff aus dem Wasser, okay. Okay, da ist was. Das Blaue ist weg. Hä? Das Blaue ist weg. Hä? Guck mal. Das ist da, wo ich hin muss hier. Hier ist ein Schreiergebiet noch. Ich gucke mal gerade was. Ich gucke mal gerade was. Ich gucke mal gerade was. Jetzt kommen wir gleich zu dem Schreiergebiet. Das ist genau das, was ich gemeint habe. Hier das Schreiergebiet. Ah, guck mal hier. Ah, guck mal hier. Okay, wach mal gerade. Ach, das ist das Ding. Ah, okay. Aha. Komm ich da hin, muss ich schwimmen. Da ist das, guck mal. Da ist das Teil. Muss ich hier schwimmen, hier ist ein Boot. Okay. Bin ja mal entspannt, ob ich da hin komme. Ach, dann. Bin entspannt, ob ich da hin komme. Okay. Okay. Das ist gleich sicher das Schreiergebiet. Oh je. Wir werden jetzt von hier. Okay, okay, okay. Bin gleich da. Sollen wir mal da hinten wandern. In den Schreiergebiet. So, jetzt stoppen wir hier. Ah, okay. Vögel. Vögel. So. 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 Versuch mal was anderes gemacht. Ich überleg das gerade. Ich überleg das. Oh, shit. Ah, fuck. Ah, hau ab, ey. Nee, schau da hin. Na ja, guck, das müsst's mal. Guck, das müsst's mal los. Ist das hier? Drei Stück, ne, los. Ah, was? Einer. Ja? Mein Gott, ey, du kriegst nicht gepackt, dieses Ding. Drei, noch drei Waffen, noch drei Stück mehr. Das muss ich ganz riechen. Ich muss in der Nähe sein. Ah, was ist hier? Ach so, warte mal. Molotow. Molotow. Weiß nicht, warum der jetzt, warum der jetzt nicht macht. Molotow, ich will den Molotow. Ich wollte das Molotov jetzt! Hallo! Warte! 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 Sehr gut! Ach, feiße! Was ist das eigentlich? Nest zerstört! Okay, haben wir Nest zerstört! Ich wollte gerade sagen, ey, hallo! Sehr gut, sehr gut! Wir haben hier aber auch gekillt! Okay, ich konnte direkt die Nestle zerstören! Okay, das haben wir natürlich jetzt! Sehr viel, ähm... Ah, okay! Ah, okay! Dann haben wir hier auch die... Ah, okay! Da kann ich einsammeln, das tut auch ganz gut! Dann haben wir hier... Ja, gut! Ah, hier ist noch Schrott! Auch ganz gut! Ein Pilz! Auch ganz gut! Dann haben wir hier... Müssen wir eigentlich auch ein bisschen Waffen und ein bisschen Munition kriegen eigentlich! Jawoll! 18 Munitionskugeln! Sehr gut! Dann nehmen wir mal das hier mit! Ah, hier! Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut! Auf zu meinem Motorrad! Wir laufen! Ach, ne! Laufeln! Genau! Dann mal los! Gut! Jawoll! Ich danke fürs Zugucken! Hahaha! Das war's wieder! Wie heute! Haha! Es tut mir leid, aber das nächste Mal... Ja, äh... Werden wir das da hinten noch machen! Und dann gucken wir mal... Vielleicht das infizierte Gebiet noch... Anstrebe! Zwei infizierten Gebiete anstreben für nächstes Mal! Die schauen wir mal! Gucken wir mal! Oder dieses eine... Camp da! Mal gucken! Ob er da hinten kommt! Ne, fahren tu ich jetzt nicht weiter! Ja, alles klar! Bis dann! Bis morgen! Alles klar! Ciao! Bye, euer Psy! Rock'n'Roll!